Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play After Humans. Heute, da hat man hellgrünen Stein drauf, weil hellgrünen Stein ja toll ist, ja weiß ich nicht. Was wollten wir tun? Ja, wir hätten quackeln da. Ah ja, ich wollte ja mal was ausprobieren. Und da brauche ich wieder diese blöden Dinger. Ne, ich probiere da jetzt nichts aus. Ich mache jetzt in dieser Folge was anderes. Und zwar werde ich... Hoppala, na komm. Wir wollen zu unserer Baumplantage. Wir müssen jetzt... Wie ich mir dieses Wir betone, Wir. Platzen. Oh, schön, da ist mal ein großer Baum rauswachsen. Eigentlich möchte ich den jetzt schon wieder stehen lassen, weil das sieht ja schön aus. Eigentlich mag ich das hier baumig. Okay, ich lasse das. Ich suche mir einen neuen Platz. Ne, das kann ich ja machen. Ich muss hier Bäume wegmachen. Ich muss hier leider, 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 ich würde jetzt die Bäume weg hier machen. Ich fange halt mit denen hier unten an, weil... Ich muss schon das richtige Werkzeug übernehmen, ne? Ich fange an wie im letzten Part. Das gibt's ja gar nicht. Spoiler, wer den letzten Part nicht gesehen hat. Gibt's ja nicht. Gibt's ja nicht. Heiliges, lasst mich hier raus. Bitte lasst mich gehen. Ich habe hier nichts für... Gummibaumholz. Lass mich gehen. Wir haben hier... Wir können ja nebenbei wieder Edbeeren sammeln gehen, ne? Nein, wieso nicht? Juppi, zack. Immer wenn wo was reif ist. Ja, na komm, hey. Hey, zack. Ach, zack. Cool. Schön, die wachsen schnell genug. Zack, zack. Ja, wir haben hier hinten noch mehr, Leute. Oh Gott. Zack. Zack, 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 zack. Ja, schön. Wie weit geht's hier denn? Äh. Na, egal. Pflanz dich wieder ein. Zerstören wollte ich jetzt eigentlich nichts. Na? Das Thema ist, wir kriegen nur aus den... Den von... Ne, bella. Den von mir gewünschten Sachen. Setzlingen, gedözel, geblablaat. Ja, ne. Aus den von mir gewünschten Baumen nicht viel raus. Okay, jetzt... Bin ich ein bisschen durcheinander. Ah, hier bin ich. Das heißt, ich muss gleich bei meinem Baum sein, da. Ja, genau. Aus dem. Da springt nichts raus. Leider. Ich weiß nicht, was ich machen kann, damit die... Na mal. Ich hab ne Idee. Pinien. Wir fahren blablabla. Schüssel. So, was? Gießbecken. Was? Ja, ähm... Nein. Nein. Fassade Pinienblätter. Achso, toll. Schön, dass es sowas gibt. Pinienblätter, Fassade Pin... Ähm. Ich hab ne Idee. Dafür brauch ich aber ganz kurz. Ich kann eh nix aufnehmen. Äh, komm. Äh, der... Äh. Platz brauch mal. Platz muss ich machen. Wada, wada, wada. Wada, 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 wada. Heul an der Welt. So. Ich habe nämlich eine Idee. Und dafür brauche ich... Wada, wada, wada. Apfel, tschüss. Der, der, der bleibt nicht lang weg, ne? Äh, Schere. Wo ist denn die Schere wieder abgeblieben? Ah, da ist meine Schere. Okay. Ach. Der droppt sogar... Setzlinge. Wenn ich die Schere benutze. Hätte man mir das nicht eher sagen können. Das wäre ein cooler Tipp gewesen. Äh. Mein gut, für was? Zwei Steine. Doch. Hammer. Eine neue Schere können wir uns machen. Zack. Zack. Äh. Gut. Dann holen wir mal den Baum ab. Baum, Holz. Einmal einen einzigen Baum. Wir brauchen ein paar mehr Bäume. Und dann dafür ein paar mehr Sets. Hä? Wir brauchen einen zweiten Setsling. Ich glaube es ja nicht. Okay. Ähm. Ja, das ist vielleicht ein wenig gämlich jetzt mit der Axt. Aber ich will... Was? Okay, ne. Ich habe schon gedacht, ich verdoppel jetzt die Erde durch. Okay, ne. Anders machen wir mal folgendermaßen. Wir haben hier nämlich einen Haufen Werkzeuge, wo ich sage, okay, komm, pass auf. Und zack. Zack. Wir haben hier auch Schaufeln, die wir jetzt gerade... Ich sage mal, den Meißel des Zimmermanns haben wir jetzt auch gerade brauchen. Also machen wir mal so, so. Zack, zack. Ob der Schaufel grundsätzlich nicht scheiße ist. Zack. Boah, schön. Das heißt, wir haben einen zweiten Setsling. Dank der Schere. Oder wie, weiß ich jetzt nicht. Schauen wir mal, wir haben jetzt tatsächlich... Bleibien-Setslinge. Die hatten wir sonst nicht. Also ich glaube, ein Tipp, das machen wir öfter. Und jetzt ist die Frage... Was ist das? Ach so. Äh, dann ist jetzt die große, 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 große Preisfrage. Was treiben wir denn mit den dreien? Ich möchte die wo am pflanzen, aber nicht hier. Ich möchte die an einem anderen, sichereren Ort... Oh, ey. War ich das? Ähm. Baumplantage. Ja, wo pflanzen wir denn jetzt diese Pinien an? Da, wo sie nicht stören. Und nichts kaputt machen. Ich könnte sie hier anpflanzen. Hier sind so ein paar Stellen, wo ich sage, hey, macht Sinn. Also, pass auf. Pinien-Setslinge. Na, drei ist hier schon mal ganz nett, ne? Also, pass auf. Ähm. Ein. Nein, komm. Also, so nett. Wenn, dann hier eins. Zwei. Sind schon sehr nah zusammen, ne? Zwei. Äh, ich hätte schon gerne den Pinien-Setsling. Und dann, äh, äh, drei. So. Pinien-Setslinge wachst. Ja, weiß nicht, ob die das jetzt tun, nur weil ich das will. Ach, schön. Hopp. Hopp. Neun. Ui. Oh, da oben ist ein riesiger... Komm. Lasst uns mal da hingehen. Ich bin gerade mal so frei. Hey, hier ist ganz schön berg. Hier. Habe ich mir eine Gegend ausgesucht, ha? Wir müssen auch irgendwann mal einen gescheiten Aufweg drauf zu uns machen. Aber das machen wir alles mit einem Karten der Blöcken. Und zwar würde ich sogar vorschlagen, diesen anpassbaren. Das dauert zwar eine Zeit, bis man sich da durchgejubelt hat. Aber, ich sag's so, ne? Das sieht dann richtig toll und natürlich aus. Also, natürlich. Also, blattge... Also, ja. Ja, japanische Kirschblütenblätter. Ach, hallo, eine Ziege. Wasser, Wasser, aber schönes Wasser. Ich meine, das ist... Wenn du dir hier anschaust, das ist richtig schön türkis. Das ist also... Ich muss echt sagen, das Wasser ist echt klasse. Wenn du dann nämlich so herguckst. Also, es ist... Es ist schon... Es ist schon schön. Wenn du jetzt gerade Urlaub machst. Ja, ja. Aber irgendwie fühle ich mich hier nicht so ganz wohl. Wir wollen heim. Ähm... Beziehungsweise eigentlich ja... Äh! Oh, bitte, 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 hallo, hallo. Nicht da, weg da. Pfi, aus. Oh, ist das schön hier. Ich bin der Meinung, wir sollten hier so eine Art Strandhäuschen machen. Also, eine Strandhäuschen... Hm. Wird sich vielleicht hier besser machen, dann Strandhäuschen, ne? Aber irgendwie so drumherum. Da würde mich jetzt irgendwie was interessieren. Oh, das wäre bestimmt schön. Und dunkel ist es auch noch. Vorsicht, Zeit. Schwerfahrt, ne? Oh, ist das schön hier. Einfach nur die Gegend erkunden, das wäre schon alles, ne? Ja! Ja! Was? Ist ja schön, dass man den ernten kann, aber es bringt einem doch nichts. Oder? Also, schön, dass wir hier Erdbeeren haben. Wir müssen nichts tun, außer Erdbeeren sammeln. Und damit sind wir versorgt. Finde ich klasse. Finde ich echt klasse. Wir müssen nichts tun, außer Erdbeeren sammeln. Ja, dann Dördich Song, Dördich Song, Dördich Song. Stimmt! Was machen wir denn, wenn wir mal unterwegs kein Essen mehr haben? Und da hätte ich jetzt wieder eine Idee. Ähm, dann machen wir folgendes. Dann nehmen wir uns hier einmal die hier. Und die hier. Also einmal, aus Sicherheitsgründen, wir brauchen die. Für den Fall, dass wir mal wo, wie schon gesagt, kein Essen haben. Naja, und nehmen definitiv immer welche mit. Wobei, die sind jetzt zum Zuessen. Zack! Was passiert eigentlich denn? Nichts. Okay. Passt doch. Mehr wollen wir gar nicht. Und Blumen haben wir. Mohnen. Ja, kein Block kaputt schlagen. Wo sind wir denn hier eigentlich? Wieder in unserer Nähe, in unserer Beinseln. Okay, also hier. Oh, schön. Ach, noch mehr. Ich muss nie wieder irgendwie. Ich muss nie wieder irgendwie. Zack, zack, zack. Was haben wir denn hier? Schönes. Xylit. Da haben wir ein Riesen, Gänseblümchen, Rotknöpfchen. Da haben wir uns ein Nahtziege. Viel Spaßziege. Bei dem, was wir machen. Noch nicht noch mehr, Erdbeeren. Also nix für hier, Erdbeeren, aber es wird dann halt, ähm, wie soll ich sagen? Ja. Zack. Hallo, Schäfchen, du. Zack. Oh Gott. Wir brauchen nie wieder Erdbeeren sammeln. Ähm. Kriegen wir die ganzen Erdbeeren eigentlich zusammen? Wir müssen nie wieder Erdbeeren sammeln. Oh, Gohle. Och, Gordela. Och, Gordela. Ähm. Wir könnten uns mittlerweile eine so riesen Erdbeer-Fach machen. Das ist ja schon gar nicht mehr... Okay, passt auf. Ich tu das mal aus der Hand legen. Und sammel... So, die Erdbeeren ein. Zack, 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 zack. Hoi, hoi. Ah. Tschüss, your pet man. Was? Äh, Moment. Äh. Ziege. Ich hab grad keinen Namen. Oh, das freut mich. Ach so. Kannst du bitte verschwinden? Ja. Ja, ich merk's. Ihr seid scharf. Ich lass es mal gehen. Nicht gut. Ja, lasst mich in Frieden. Noch mehr... Oh, Gott. Zack, zack. Schäfchen. Okay. Ich... Am, 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 am. Ich würd gern wissen, wie ich jetzt wieder da hinkomme, wo ich herkomme. Äh... Baumplantage. Äh, ich seh auf der Karte, wo meine Baumplantage ist, find nur trotzdem, trotz Karte nicht hin. Das ist traurig. Ja, zu dieser Baumplantage würde ich jetzt gern kommen. Ah, mal geschaut. Oh, aber mal hinsetzen. Oh, je, je, je. Ja, das... Oh, Gott. Noch mehr. Okay. Definitiv haben wir keine... Es... Äh... Äh... Esprobleme mehr. Wie ich anfangs ja eigentlich echt... Gesagt hab, hey... Wir haben Probleme. Wir kriegen mal noch Probleme. Ich weiß nicht, wie ich mir... Weil, also... Ich mein, als anders zu essen kriegen wir ja nicht. Ich mein, so richtig Störfle haben wir jetzt immer noch nicht gefunden, ne? Mit... Ein bisschen an... Selbst-Eigen-Anbau, ne? So, und irgendwo da müsste jetzt meine Baumplantage sein, ne? Also, ich bin schon an der Baumplantage. Ah. Cool. Dann möchte ich gern wieder zurück zu mein... Irgendwie dauern die Nächte länger, als die Tage hier in Minecraft. Hab ich das Gefühl. Laufen jetzt schon dreimal so lange rum, wie wir vorhin am Tag rumgewerkelt haben, oder? Aber da wächst da natürlich nichts. Okay. Alles klar. Zu Hause. Dann schlafen wir noch mal ne Nacht drüber. Gehen wieder... Wir haben sogar vor dem Haus... Na ja. Würde ich sagen, zurück zur Baumplantage. Und let's go. Ähm. Ah ja. Hier sind und es unsere Säzlinge, die wir... Oder später... Ja. Dann wohl nicht jetzt. Äh. Zu Hause. Dann würde ich sagen... Packen wir erst mal unser Essen weg. Da haben wir irgendwie jetzt gerade zu viel. Ein bisschen sehr viel geht's an der Melone, ne? Das ist schon ne Menge. Also das ist schon echt ne Riesenmenge. Wobei... Wir könnten hier das da noch rein tun. Zack. Die brauchen wir gar nicht. Und dann würde ich sagen... Nein. Nein. Ja, also die Schere kann ich auch gleich wieder wegpacken. Pinienholzbretter. So. Und dann möchte ich die Schere wieder ver... Funzeln. Das da brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Ja, los geht's, ne? Pinienholzbretter. Äh... Müsste ich schon. Also. Zack, 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 zack. Okay, vergiss das. Ich brauch doch mein... Wo ist er denn eigentlich? Wo ist mein Carpenter Hammer? Aber... Aber... Da ist der... Aber... Zack. Okay. Zack, 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 zack. Okay, ich weiß jetzt schon, das wird nervig. Und zack, und zack, und zack, und zack. Na. Äh... Zack, und zack, und zack. Naja. Früher oder später müssen wir da wohl eh noch rauf, also von daher... Zack, zack, zack. Jetzt müssen wir jetzt hier sehr ruhig angehen, ne? Und zack, zack. Ah. Und was man dann hier machen kann, ich meine, es geht jetzt hier runter zur Terrasse. Ne, Reizensamen, ich brauch Grassamen. Ach, Mist. Und dann, wo es runter zum Keller geht, dann machen wir zwar noch so, aber runter in den Keller können wir dann... Ne, den möchte ich gern nicht brauchen. Denn runter in den Keller können wir gern einfach nur, damit ich schon mal... da eine Richtung hab. Oder wir machen es so... Das ist hier alles noch, ähm... Zack, 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 zack. Ja. Genau. Und ab hier geht's dann steinig nach unten. Zack. Ja. Binnenholz! Äh, und nochmal. Pingenholz. Äh, Baumnatage. Och. Jetzt feigt das. Äh, ups. Ups. Ups, 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 ups. Zack. Das wächst mir fast ein wenig schnell nach. Bäh. Oh, da die Waldfee. Da würde ich jetzt runter segeln können. Hätte ich runter segeln können, aber nicht müssen. Was ist denn das für ein ekelhafter Berg da? Der muss weg. Das wird Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und da werde ich wohl nicht viel erzählen können werden. Das heißt... Uuuuuh. Uuuuuh. Hallo. Pinienholz. Äh, Pinienbäume. Wachst ihr auch mal? Oder habt ihr keine richtige Lust? Ah, da haben wir noch so einen Berg da. Äh, ich überlege jetzt gerade. Zack, zack. Ja, also das ist schon eine ganz nette Gegend. Und vor allem so grün. Hm. Vor allem früher, wenn ich da alte LPs sehe, da war nicht mal dieses ganz leichte Gestrüpp da. Da war gar nichts. Und naja. Tööö. Respekt, Leute. Oh, Respekt. Boah, also meine Bäume kriege ich hier noch nicht so genau, die ich dann hätte. Hier sind auch eine Menge Bäume, aber ich will das doch alles nicht wegrutzen. Echt schlimm. Echt schlimm. Heula, die Waldfee. Ich, ähm. Wir haben hier einfach definitiv zu viel Bären. Halbische Waldärzbeer, ne? Noch mehr, noch mehr. Na? Bist du ein Bär? Ja, du bist ein... Nicht wahr, noch mehr. Nee, das ist ja Gott sei Dank wieder. Okay, und Wände. Irgendwo da war ich doch hier so auch mal Richtung, ähm... Was ist denn das? Bodengarten. Ah ja. Noch mehr. Komm ich da rauf? Ja. Ich meine, ich müsste ja alle gar nicht mitnehmen, aber ich tue es irgendwie trotzdem. Äh, ich weiß noch nicht, wieso. Hopp, 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 hopp. Das ist ein schöner Durchgang. So, dann sind wir hier wieder. Glaube ich, fast. Hä? Irgendwo in der Nähe müsste dann mal auch wieder mein Pinienbaumgedönsel sein. Ach ja. Da, wo noch nichts gewachsen ist. Naja, ich denke mal, das muss dann bis nächsten Part ausharren. Muss dann bis nächsten Part wachsen. Wachsen, ne? Wachsen. Da bin ich gespannt. Da freue ich mich drauf. Auf, auf unsere Pinienholzgedönsel da. Dementsprechend sage ich viele Dank fürs Ansehen. Und bis zum nächsten Mal einfach. Ciao, ciao.